Liebeslupe Liebeslupe Heute ist man sehr verletzlich. Zumindest fühlt man sich so. Gut möglich, dass man sich heute in Musik einhüllt. Vielleicht hört man Musik, die du ihm oder ihr irgendwann einmal zugeschickt hast. Oder man hört Musik, die einen an dich erinnern. Musik spielt eine große Rolle. Man ist verletzlich. Und Gedanken wie, ob das alles eine Illusion war, ob man vielleicht zu viel reininterpretiert oder wo man steht im Leben. Also Illusion und Musik sind heute die Begleiter dieser Person. Inwiefern man sich etwas vormacht mit dir. Ob das alles echt ist oder ob das eigene Leben echt ist. Wie authentisch ist man? Heute stellt man sich, die Welt, aber auch eure Beziehung in Frage. Was davon ist echt und was davon Traum oder Wunsch? Eine andere Variante könnte sein, dass gerade weil man Musik hört, anfängt in Fantasien oder auch in Erinnerungen zu schwelgen. Fantasien, wie das alles sein könnte oder wie man sich das so vorstellen könnte. Heute schwebt man in den Wolken und Musik ist ein ganz, ganz großer Begleiter. Die Musik wird ihn oder sie sehr, sehr beeinflussen. Falls ihr im Kontakt steht und du hast ein gutes Gefühl dabei, dann kannst du ihm oder ihr heute einen Song zuschicken. Per Textnachricht, per E-Mail oder in jedweder anderer Form. Ein Song, der vielleicht beschreibt, was du fühlst oder wie du die Sache siehst. Es wird heute einen Titel geben, der zu einem Schlüsselerlebnis führt. Und dieses Erlebnis oder diese Erkenntnis wird sein, dass man spürt, wie viel Angst man doch hat. Angst vor der Liebe, Angst vor dem Glücklichsein. Angst spielt eine große Rolle bei allem. Und das wird er oder sie heute erkennen, ausgelöst durch einen Song oder durch mehrere Songs. Untertitelung aufgrund der judgments und den Song... Untertitelung des ZDF, 2020